Jetzt bleibt er stehen, mit auf der Brücke. Hier. Oh oh. Nee, ich will nicht. Das ist er, ja. Ah, tschüss. Muhahaha. Muhahaha. Ja, genau. Ich höre einen Creeper, finde ich nicht. Alter! Mama Slime, Junge. Skelett hinter dem Mama Slime ist nicht gut. Milikons. Er hat mich noch nicht freigeschaltet. Wie heißt das nochmal die Lohen auf Englisch? Ähm. Keine Ahnung. Lohe. Blaze. Ja, genau. Boah, Tobi kann ein englisches Wort, ey. Ja, ich kenne 80% der englischen Wörter, die ich kenne, die aus Minecraft. Torch. Da hinten habe ich den Namen gesehen. Ja, das ist ungelogen. Ja, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Wo ist denn der? Seh ich nicht mehr. Alter, ohne Scheiß. Guck, kommt. Ich habe die Frage, höh, ihr seid schon ein Esser. Du hättest deinen Namen nicht schreiben dürfen. Stimmt. Ja, schade. Wäre er klappen können. Hätte klar er klappen können. Nice. So, da ist eine Kuh. Mach mal gut. Wo bist du? Bei deiner Mom, habe ich doch gesagt. Habela, habela. Nein! Lol. Jetzt versuchts jeder. Lol, Alter, wollt ihr mich ver... Hier ist ein Hühn. Hier ist ein Hühn. Hier ist ein Hühn. Hier ist ein Hühn. Hier ist... Links oder rechts? Ähm. Y. Da hab ich gerade ausgeschlagen. Äh, in. Woh, ho, ho. Im Wald. Wo geht's? Was fuck's? Wer ist Basti Blond? Wer ist Basti Blond? Voll Basti Blond. Achso. Oh. die porten sich doch die ganze zeit kannst du sagen ja was denn mit mir ernsthaft ich weiß nicht wie soll der creeper fuck you skeleton und creeper was läuft bei euch da hinten ist ein namen ja ich glaube auch ist ein kurzer namen weißt du wer noch kurz ist dein penis dein penis vor allem aber auch hören nur auf möhren ja die reagieren nur auf möhren hey achtet jetzt mal auf den chat ach echt hühner brauchen körner du bist ein mongo ey kann ich auf chiken hier angehen chiken eine höhle sah aus wie so ein eingang von jemanden gebaut möhren können wir durch zombies benutzen kommt kühl ja möhren durch zombie töten ja und die sind bei mir gerade beide mega leise what the fuck anbauen bei mir ist alles gut ja aber michi anbauen muss man erstmal eine finden ne wirklich ernsthaft hallo ich habe das string gefunden ja meine englischkünfte sind over the world kann man behungern weiß ich nicht hier sind ganz viele schweine aber ich habe kein mörchen mama tu mal die mörchen tu mal lieber die mörchen mama tu mal lieber die mörchen kennt ihr das ja von wem redest du gerade tu mal lieber die mörchen 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 mama hast du die kür jetzt schon auf land auf unserer hinter nein ich schwirr mir grad nicht immer lauf ich falsch von der end sag ich schon mal nach oben gehen und zäune machen aber du hast sie dabei ne die kür ja ja zwei kühe sag ich schon mal zäune machen wofür ja wofür achso ja mach mal ich werde die brücke noch einzäunen ich mach noch eine steinreihe mehr und dann äh komm kühl rauf das wäre es mit ablässern nach skalatino ja genau wo wenn jetzt mein kürzer schnitt dann kotzig ne was dann putzig dann kotzig ich hab putzen verstanden kuh nein nicht weggehen und spaß nur wenn ich jetzt abgegessen hab du uhrrettel komm schon mach ein kür so guck mich an ja jetzt mach mal jetzt ist die teams wieder viel zu laut wtf ja ja komm ja äh michi die kuh bin ich ich gerade die andere ist auch noch hoch ok leck das brauche ich ein bisschen hier selber ja hallo 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 was meintest du vorher was 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 meintest du vorher hallo 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 da kommt jetzt noch alles in die aufnahme nur ich wie was wie was meinte ich vorher leut das tosni ja deswegen hallo die kuh will nicht die kuh will nicht ach die auch schon neun acht stück was acht stück what the fuck ich hab grad mal vier oder drei ich hab dir über das ganze Meer geschläfft na dann kann man so ein bisschen boah weh der hat sich geschlagen und wie läuft's bei euch na gestoppt geht komm schon halt die fresse und hör wir hör wer ist der basti blond hehehe 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 Wer wohnt denn alles in dem Haus am Ende der Brücke? Michi, Tobi und ich. Aber das ist nur so kleiner Rohbau, weil wir alle noch was größeres planen. Auf dem Wasser. Jetzt will die Kuh nicht mehr wegen dir, Thorsten. Das ist unfair. Ey, ich habe eine Möhre, merke ich gerade. Völlig verrückt gemacht. Eine Möhre gefunden? Ja. Nice, da kann ich gleich Schweine holen gehen. Peter. Nein, Freunde, ich gucke nochmal bei den anderen vorbei. Also bis dann dann vielleicht. Ja klar. Viel Spaß noch. Tschüüüü. Wie die einfach alle bei uns in der Aufnahme kommen, ey. Hallo. Oh, hi. Wir hätten ja gerade Hallo gesagt. Oh, das war fällig. Was the fuck, Tosse. So, die Spitzhacke, Junge. Ich hätte einfach so gebraucht alter sind sie langsam im wasser die zweite wieder da ja von der kiste dort echt den ganzen tag ich glaube wir haben endlich hast du schon einen zaun gebaut für die kühe also ich nein ich bin ja nicht wieder hochgekommen also das ist weit und breit nichts wo das die koordinaten oder ja das dort ewig mit den kühlen das ist ne lüge das ist alles ne lüge na komm gib mir das ding ja genau mit dem redest du da mit mir selber das machen let's play ja so michi ach so ja ja klar mit wie wenn denn sonst ich hab zu wenig holz du mal lieber die bürger ach nee doch nicht alter weißt du was ich morgen machen werde was denn minecraft spiel ich spiel mit ich möchte relativ fix mein steuerprojekt anfangen Junge jetzt will dir eine kuh mit einem wasser nicht mehr verpiss dich komm her ne verpiss dich komm her komm mich nicht sehr viel gespalten heute ja oh ja nee ich hab letztens bei bildern einen artikel gelesen da hat ein mann zwei penisse der hat immer den längsten der kann eine frau gleichzeitig zweimal befriedigen wir den schönes blockenruf verstehst du boah ich find Julien's block so'n geilen man kann ja gegen den sagen was man will aber ich find den einfach so geil das was er macht ist er gut das größte Arschloch auf youtube zu sein aber ich glaub privat ist der mega korrekt also ich glaub nicht dass der privat auch ein Arschloch ist doch glaub ich auch mich ist der dunkel noch ja wow jetzt ist halt schmerz auf dem ohr ne die einen sagen nur ätzend und äh Arschloch und michi soll denn die macht feueramt der dunkel michi ne ähm ähm bist du auf dem Meer? ja der Minecraft hat geschlaut nein ja was soll das jetzt heißen Tobi? das äh hallo ok boah die diese scheiß Kühe die sind so langsam zu lüge ja mitten im Meer 364 257 also nicht ganz so weit weg ne geht schon aber dann brauch ich doch das Weizen seit dem neuen Patching viel länger zum zum boah alter hab ich verraten gestern bei der ME2 Folge das ist so geil das war so premium heute war echt mega awesome ohja Party kill 7 zweimal ne dreimal sogar heute ist wieder CS find ich voll öde kauft jetzt auch mal das ist voll geil geht ne das komm ich mir auf gar keinen Fall ernsthaft? alter junge das ist der erste Shooter also CS ne 2 und 2 1 und 5 1 und 6 hab ich halt mein erster Shooter aber find ich nicht so geil ich hab CS CS nie gespielt der mein erster Shooter war American Army oder so wenn es zurückkommt liegt äh noch Rüstung für euch in den Ding drin bis auf Hose Hose hab ich nur kann ich mir aber noch schnell schmelzen ist noch am schmelzen hallo du hast doch gar keine Brustplatte Gott ich dachte doch schon eine Brustplatte ich hätte mir was dazu gesagt äh was ist das? Gold hast du auch schon gefunden Oh Lapislazuli hat auch schon loll Slimeball ey guck wo ich in der Hand hab 400 äh äh 422 387 66 412 Arim Blue